Hey Leute, heute zum Thema Freundschaft nach einer Trennung. Zuallererst, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr NUR das für eure Ex fühlt, ihr in dem Moment nicht mehr haben wollt und es euch absolut nichts ausmacht zuzuschauen, wie sie wieder anfängt andere Leute zu daten, dann bitte, spricht absolut nichts gegen Freundschaft. Aber wenn ihr auch nur einen kleinen Rest Hoffnung habt, dass ihr sie zurück wollt oder irgendwann zurückbekommen könnt, dann belügt euch nicht selber. Steht dazu, dass ihr euch nur eine Beziehung mit ihr vorstellen könnt. Das sage ich euch aus einer Position von jemandem raus, der das am Anfang nicht so gemacht hat. Und das einzige, was euch diese Freundschaft bringen wird, ist Schmerz. Denn was ihr in dem Moment akzeptiert, ist für sie in ihrem Kopf fix und nicht mehr rückgängig zu machen. Sie wird von euch erwarten, dass ihr nicht mehr von ihr wollt oder verlangt, und zwar zu Recht. Ihr habt die Konditionen eurer Beziehung zueinander verhandelt, ihr habt ihr ein Angebot auf den Tisch gelegt und sie hat dem zugestimmt. Und mehr nicht. Was ihr im Hinterkopf habt, wenn ihr eine Freundschaft akzeptiert und ihr doch noch mehr von ihr wollt, wird so niemals eintreten. Denn ihr steht nicht zu eurem Wort. Ihr habt keine Integrität mehr in dem Moment und das macht euch unattraktiv für eine Frau. Es ist für sie leicht und vielleicht auch schön, euch weiter Umsicht zu haben. Das mit euch zu teilen, was im Alltag innerhalb eurer Beziehung selbstverständlich war. Euch ihre Gedanken mitzuteilen und mit euch zu reden, aber sie wird euch in der Freundschaft nie mehr so viel erzählen, wie noch innerhalb der Beziehung. Ihr seid für sie kein Team mehr und die paar Brocken, die sie euch hinwirft, werdet ihr in eurer Hoffnung auflesen und euch darüber auch noch freuen. Aber ihr werdet auch wissen, dass es nicht das ist, was ihr wollt und es euch zu wenig ist. Es wird euch was fehlen und spätestens das ist der Punkt, an dem ihr zu euren Gefühlen stehen müsst, wenn ihr irgendwann nochmal eine Chance darauf haben wollt. Steht dazu und zwar offen und ehrlich vor ihr, auch wenn das bedeutet, dass ihr sie über kurze Distanz aus den Augen verliert. Sie kann euch auch nicht vermissen, wenn ihr immer brav dasteht, wenn sie pfeift. Ihr müsst aus ihrem Sichtfeld raustreten und erst dann merkt sie früher oder später, wie es ohne euch ist. Innerhalb der Freundschaft gebt ihr ihr genau die Aufmerksamkeit, wie sie in dem Moment von euch will und sie ist in der stärkeren Position. Ihr bekommt nicht das, was ihr wollt. Ihr quält euch damit, dass die Stücke ihrer Aufmerksamkeit, die ihr hingeworfen bekommt, sich so gut anfühlen wie früher, aber spätestens wenn sie sich wieder für jemand anderen interessiert, werdet ihr immer weniger und weniger davon abbekommen. Und das wird passieren. Die Zeit, die ihr weiterhin in sie investiert, bringt euch nicht näher zusammen. Im Gegenteil, im schlimmsten Fall drängt ihr sie weiter von euch weg und schafft neue Erinnerungen mit euch. Nur eben Erinnerungen als Freunde zusammen und dass es für euch und sie in Ordnung ist in der Zeit. Und wozu wird es wohl führen? Dazu, dass ihr nie wieder da rauskommt und bei ihr immer am Haken sein werdet. Eure beste Chance ist es direkt am Anfang zu sagen, dass ihr keine Freundschaft akzeptieren könnt, weil ihr mehr für sie empfindet. Und für die Aussage ist es auch nie zu spät. Genauso wenig wie für die Kontaktsperre. Je mehr ihr aktiv daran arbeitet, sie zurückzubekommen, also wirklich offen für sie sichtbar, desto weniger Interesse wird sie an euch haben. Tut ihr das hinterrücks und erzählt ihr irgendwas von wegen einer Freundschaft und sie findet das irgendwann raus, dann ist auch die Hölle los. Dann seid ihr in ihren Augen nämlich ein Lügner, dem man nicht vertrauen kann. Und wenn jemand jemandem so am Rockzipfel hängt und mehr von einem will, das würdet ihr auch nicht ansprechend finden. Die Aufmerksamkeit von euch, die wird sie noch akzeptieren, auf jeden Fall. Aber das ist Aufmerksamkeit, die sie auch von einem Freund erwarten würde. Einen Freund, nicht einem Mann. Denn ein Mann steht zu dem, was er sagt und handelt dementsprechend. Sie akzeptiert also euer Wort als Mann, dass eine Freundschaft für euch klar geht und ihr nicht mehr von ihr wollt. Haltet ihr das dann nicht durch und brecht das, seid ihr unten durch. Müsst ihr das durchhalten, fühlt aber anders, dann macht ihr euch in der Zeit Stück für Stück kaputt. Vielleicht habt ihr die Erfahrung noch nicht machen müssen, ich hoffe es wirklich für euch. Aber es zermürbt euch und man kommt da nicht mehr so einfach raus. Also spart euch das bitte. Arbeitet an euch und habt sie so wenig wie möglich im Blick. Schenkt ihr keine Aufmerksamkeit, für die sie nichts tun muss. Sie hat euch aus ihrem Leben geschmissen und will auf eure Liebe verzichten. Alles, was ihr in sie investiert in dem Moment, führt zu nichts. Sie muss es von euch akzeptieren wollen und es auch ganz offen oder es zumindest durch ihre Taten zeigen. Und ihr könnt ihre Taten momentan gerade nicht objektiv bewerten. Seid mal ganz ehrlich. Ich würde euch, wenn ihr einigermaßen klar im Kopf seid und das seid ihr nach einer Trennung vielleicht nicht unbedingt, dann würde ich euch immer empfehlen, auf die Taten eurer Ex zu schauen und nicht auch das, was sie sagt. Was sie sagt, wird nämlich oft von dem momentanen Gefühl ausgelöst. Zum Beispiel, wenn sie sauer ist. Wie sie sich euch gegenüber aber verhält, zeigt euch, wie viel Zeit es wirklich wert ist, in sie zu stecken. Und in dem Moment der Trennung zeigt euch ihr Verhalten, dass sie euch nicht mehr will. Das ist auf jeden Fall eine schwere Erkenntnis, aber ihr könnt daran zu dem Zeitpunkt nichts mehr ändern, ohne euch komplett zum Depp zu machen, der innerhalb der Beziehung nie wieder auf dieselbe Augenhöhe kommen wird. Also, verhaltet euch wie ein Mann. Wenn ihr eine Frau seid, geht erhobenen Hauptes aus der Beziehung raus. Ich kenn's zwar selten, dass Kerle euch in die Friendzone stecken wollen. Die wollen dann lieber eine Freundschaft plus oder irgendeinen Mist, der euch aber genauso kaputt macht. Aber es ist es letzten Endes alles nicht wert, wenn ihr euren eigenen Wert nicht kennt und danach handelt. Zeigt ihnen, was ihr wert seid, indem ihr eure Handlungen für euch sprechen lasst. Ihr seid der Preis. Es ist der Verlust eurer Ex, wenn sie das anders sieht. Andere werden sich um euch reißen, wenn ihr euer Potenzial seht und es ausschöpfen könnt. Also akzeptiert die Freundschaft, wenn ihr mit eurer Ex abgeschlossen habt. Ansonsten aber auf keinen Fall. Das macht nur euch fertig. Das war's glaube ich für das Video. Macht's gut und bis zum nächsten.